hallo meine sehr verehrten damen und herren und willkommen zu einer weiteren folge von minecraft namenlos ja heute starten wir mal im pausenmenü von minecraft und das hat ganz einfach den grund dass ich etwas gefunden habe nachdem ich schon so lange gesucht habe ihr werdet es gleich sehen und ich hatte einfach angst dass es davon schwimmt passt auf wir haben einen tinten fisch gefunden ich bin so ein bisschen herum geflogen sowie tröten denn jetzt gerne mal nicht dass uns der jetzt noch abhanden kommt haben wir jetzt ja wir haben endlich in sex okay ich bin so ein bisschen herum geflogen eben auf der suche nach farbstoff zum beispiel was was seid ihr denn für dinger halleluja ja gut da gehe ich jetzt mal lieber nicht denn wir brauchen das ja immer noch für die ende aus sachen die unterschiedlichen farbstoffe und ich wollte eigentlichen dschungel suchen und da bin ich auf diesen tinten fisch gestoßen und da habe ich mir gedacht da starte ich mal schnell die aufnahme damit wir den gemeinsam erlegen können damit ihr seht dass ich mir das nicht erzieltet habe oder sonstiges so wir schauen mal kurz runter da wo ich irgendwo voll fossilien direkt sehe nein schaut jetzt nicht danach aus gut wir fliegen einfach mal weiter ich fliege jetzt noch so ein bisschen rum wahrscheinlich wird das in kreis zeitraffer und wir sehen uns danke ich wieder bis gleich bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020 So, fertig sind wir mit der Farming Tour, ich bin schon wieder mit Mühe und Not nach Hause gekommen, ihr seht schon, mein Jetpack ist komplett leer, das heißt, wir werden das auf jeden Fall gleich einmal hier reinschmeißen, zuerst müssen wir das natürlich noch unternehmen und jetzt können wir das hier reingeben, damit es sich wieder auflädt mit dem Treibstoff. So, als nächstes, ich habe viele tote Büsche gesammelt, denn die kann man durch die Säckmehl pulvern und dann kriegt man etwas, womit man dann den Natural, also das kriegt man dann, ja, und damit kann man dann naturalen Stoff herstellen, äh, Farbstoff herstellen. So, eine neue Änderung, die euch vielleicht auffällt, alle Kisten sind weg. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wo sind die Kisten, die Items vor allem, die sind hier auf diesen Storage Cells. Wir können uns hier reinklicken und wir haben alle Items hier drinnen. Ob sie, ähm, ja, ja, hier, man kann durchscrollen, man kann was suchen, zum Beispiel jetzt Stone und hier kriegt man alles angezeigt, was Stone drinnen hat. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch für uns, denn wir können jetzt zum Beispiel schauen, wir, ich würde mir gerne dieses Dye Cluster herstellen, dieses hier, genau. Die Insects haben wir ja mittlerweile, jetzt müssen wir schauen, haben wir diese Blume? Nein, haben wir nicht, haben wir diese Blume? Nein, haben wir auch nicht. Haben wir diese Blume? Ja, diese Blume haben wir, dann stellen wir das mal her. Dann brauchen wir noch, ähm, Cyan Dye, den können wir mit dieser Blume herstellen, jawohl. Und zu guter Letzt brauchen wir noch den Dye, ähm, Dye, was brauchen wir noch? Magenta, 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 haben wir diese Blume? Nein, haben wir nicht, Magenta, äh, Magenta, Dye, Mh, können wir, haben wir irgendein Ding, was, woraus wir, ja, das sollten wir haben, oder? Ja, ja, eins, zwei, drei, vier, fünf, und jetzt sollten wir Magenta auch herstellen können, Magenta, das sollte nämlich jetzt mit diesem Rezept hier gehen, jawohl. Und jetzt können wir uns schon die, da, ups, die, die Dye Cluster herstellen, soweit ich das mitbekommen hab. Einen, oh, sch, 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 sagt bloß, wir brauchen jetzt vier, wahrscheinlich, oder? Dye, Dye Crop, Dye Seed. Oh, nein, warum brauchen wir vier? Are you serious? Are you fucking kidding me? Oh, nein. Was ist das eigentlich? Können wir, haben wir das? Nein, haben wir nicht. Ich, ich habe auch jede Menge, ähm, Korallen gesammelt, die können wir dann, vielleicht falls wir mal ein Aquarium bauen, auf jeden Fall einsetzen. So, ich wollte ja auch noch Growth Accelerators machen, ähm, die können wir aber da eingeben, Growth Accelerators. Das, da, also brauchen wir wahrscheinlich diese hier noch, okay, das brauchen wir, ähm, dieses hier, zack, brauchen wir noch mehr auf jeden Fall, da, ähm, dieses Rezept hätte ich gerne, zack, und, da geht's noch eins höher, ob sie, ja, doch, zack, zack, dieses hier, diese hier, und dieses Rezept hätte ich gerne, zack, zack, dann schauen wir einfach, es, es sind's, dann tun wir die da rein, zack, und dann craften wir die nochmal, um zu denen, einmal, so, dreimal, so. Jetzt sollte das aber auf jeden Fall gehen, ja, wurscht, machen wir gleich alle, haben wir 16 Blöcke, das heißt, wir können 4 Growth Accelerators herstellen, schau mal, Growth Accelerators, das sollte ja zu schaffen sein, nicht? Ah, da brauchen wir normalen Clean Stone, okay, das heißt, wir brauchen Cobblestone, haben wir ja genug, wie wir sehen, das ist halt auch nützlich, weil es immer gleich die Zahl angezeigt wird, wie viele man tatsächlich hat und nicht mit diesen Stacks. So, hier, das, ähm, grindet, schön vor sich hin, das wird schon mal kein Problem mehr sein, gut, wir brauchen, was will ich als erstes machen? Ich brauche noch so einen blöden Die Cluster. Ist halt irgendwie ärgerlich, dass man das auch nicht herstellen kann, oder so. Die. Die. Die Cluster. Das ist echt ärgerlich, wir haben genau einen zu wenig. Muss mal suchen, ob wir das haben. Aber wir haben noch diese Plant Fossils, die können wir auf jeden Fall noch durchjagen, durch die unseren Fossil Grinder und Cleaner. Ah, Cleaning Station, genau, Cleaning Station. Genau, aber ich glaube, zuerst war der Fossil Grinder dran und dann die Cleaning Station. Da bin ich mir aber jetzt nicht mehr ganz sicher. Setzen wir die mal hier hin. Äh. War das zuerst? Ne. Ne. Es war zuerst dieses hier, oder? Ja, genau. Hier kommt das dann raus. Die ist fertig. Kommen wir rausnehmen. Der hier produziert jede Menge Lärm. Hier haben wir ein bisschen Clean Stone, den brauchen wir, um unsere Growth Accelerators zu machen. Growth Accelerators. Zack. Das sollte gehen. So. Ob sie. 4 Growth Accelerators. Da haben wir es auch schon. Die kommen wir jetzt tatsächlich hier drunter packen. Das nehme ich mal. Oh, oh, wo hat sich der jetzt hier platziert? Okay, da gibt es manchmal einen kleinen Bug. Sagt bloß, der ist jetzt weg. Äh, gut Leute. Ähm, ich glaube, den hole ich mir aber wieder. Den entschied ich mir. Ganz ehrlich, da habe ich keinen Bock, das jetzt nochmal zu machen. Weil der ist ja offensichtlich einfach so verschwunden. Da kann ich ja wohl nichts dafür. Also, wenn ihr das, also ich hoffe, ihr seht das genauso wie ich. Aber, das wäre halt echt ärgerlich, wenn der jetzt, weil, kostet halt schon ein Dia und so. Ich meine, gut, wir haben Dia es en masse, aber, trotzdem, wäre ärgerlich. So, jetzt haben wir unter diesen Feldern hier Growth Accelerator und wir brauchen ihn gar nicht dort. Ähm, da können wir nochmal Potatoes anpflanzen hier. Da können wir abernten nochmal schnell. Zack. Und wir schauen auch nochmal, achso. Ja gut, da warte ich auf mein Jetpack. Dann schauen wir nochmal schnell. Ui, das wächst jetzt halbwegs schnell. Ähm, dann schauen wir nochmal, was hier rausgekommen ist. Okay. Wild Potatoes, Soft Tissue. Okay, keine Ahnung, was das bringt, aber das ärgert mich halt echt noch. Äh, ja, ja, ja. Naja, ich werde dann wahrscheinlich zwischen den Folgen nochmal zurückfliegen. Zu der Stelle, wo der Tintenfisch war und mir noch einen Inkseck besorgen. Ah, das tut weh. Das tut weh, Leute. Das tut weh. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, kann man nichts machen. Gut, Leute, dann war es das auch schon wieder für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Like da. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Auch gerne ein Abo dalassen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und in diesem Sinne, macht's gut. Bis dann und ciao. 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 Vielen Dank.